Sie haben ja auch viele Materialien verarbeitet, Holz, Leinenseil. Thema Ökologie ist da sehr wichtig. Was haben Sie dazu beigetragen? Das ist deutsche Buche, die auch in Deutschland verarbeitet wird. Hochwertige Seide, die wasserresistent und lichtecht sind natürlich, also eben ein langes Leben garantieren. Und es soll ja helfen, auf den elektrischen Trockner zu verzichten. Und der elektrische Trockner kann wirklich einen großen Anteil an der Stromrechnung ausmachen, also bis zu 25 Prozent.